Spielst du? Willst du erwischt werden? Mit dem Spiel stimmt irgendwas nicht. Antonio? Hi. Alles gut. Es ist zu. Ich wollte nur sicher sein. Wirklich? Irgendwas ist passiert. Es ist schon in der ganzen Welt, als hätte jemand ein Videospiel-Virus kombiniert mit... Dem Armageddon kauft. Wer sind die denn? Die sind aus Highscore. Das sind die Bösewichtel. Mann! Wart los, Bart! Warte, eine Sekunde. Kann es sein, dass Mom und Dad Spione sind? Echt jetzt? Wir müssen Mom und Dad finden. Jetzt. Hey Kinder, wenn ihr jetzt hier seid und zudem alleine, dann weil etwas verflucht schief gelaufen ist. Wir konnten es kaum erwarten, euch das sichere Haus zu zeigen, Essen und Spionage-Trainingsmodule. Wie man ein Spion wird. Ich werde der beste Spion der Welt sein. Du hast es geschafft. Beinahe gut. Ein Spionage-Anzug-Generator. Fehl geschlagen. Wenn wir schuld an der Spiel-Apokalypse sind, müssen wir das jetzt verhindern. Und genau deswegen machen wir es. Aktiviere Magna-Stiefel. Die Uhr tickt. Wir können das schaffen. Warte mal kurz. Wir gehen ins Videospiel? Ja. Nein, nein, nein. Wir müssen uns erst neu sortieren. Dafür ist keine Zeit. Wir haben es mit einem hochintelligenten Feind zu tun. Wollen wir. Wollen wir. Wartet. Wieso sind das so viele? So macht es erst richtig Spaß. We're to save the world tonight.